ja hallo liebe wir sind hier in world of warcraft dragon vielleicht in der version 10.2.7 sind hier in den ebenen von onara auf den dracheninseln und sind hier marukai oder hier so da war sie in unserem hauptpunkt sind hier beim rüstmeister husing und haben hier die pläne kann man sich natürlich auch die ganzen sache angucken aber wir wollen natürlich jetzt hier nicht die pläne angucken wir wollen wir die quest kükenpläne annehmen und das ist eine quest die nimmt man an und gibt man quasi direkt wieder ab deswegen schwallig auch ein bisschen drumherum aber gut genau also wir machen einfach dann annehmen also beziehungsweise einfach rechtsklick dann quest beenden und dann hat man die quest kükenpläne auch erledigt ja das war es dann schon mit den kükenplänen man kriegt auch nicht so wirklich viel aber die quest ist damit beendet ich bedanke mich fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet gerne mal auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal tschaui